Ja, ich dachte, heute gibt es mal nicht direkt die Cage-Tour, sondern einfach ein paar bewegte Bilder von meinen Jungs im neuen Gehege mit 120 x 60 x 80. Ja, viel Spaß! Ich suche noch einen passenden Gruppennamen für meine Jungs hier, weil auseinanderhalten ist ja immer so eine Sache. Meine Mädchen heißen ja Hollyhead Harbys. Wer Harry Potter Fan ist, weiß natürlich, woher das kommt. Also wenn ihr einen guten Gruppennamen wisst, der irgendwas mit Film, Geschichte oder sowas zu tun hat, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. 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 Ich würde mich freuen.